Fernsehgarten, Kiwi mit Seitenhieb in Live-Show, nächstes Jahr sitzen sie alle in der ARD. Der Sommer ist vorbei, der Herbst in den ersten, schönen Zügen. Auch im Fernsehgarten im ZDF herrscht am Sonntag, 15. September, gute Stimmung, auch wenn die Temperaturen etwas runtergekühlt sind, strahlt am Lärchenberg in Mainz die Sonne. Auch Fernsehgarten-Moderatorin Andrea Kiwi ist bestens gelaunt, als sie im Oldtimer Cabrio in der Show vorfährt. Direkt in den ersten Minuten kommt ihr dann sogar ein frecher Seitenhieb über die Lippen. Im komplett weißen Outfit steht Andrea Kiwi an diesem Sonntag im Fernsehgarten. Doch weiß wie die Unschuld gibt sich die 59-Jährige mit ihrer offenen und flapsigen Art eher selten. So auch in dieser Folge, in der sie plötzlich gegen die ARD schießt. Als es darum geht, dass Oldtimer in diesem Fernsehgarten eine besondere Rolle spielen, der dieser Teil einer Rallyestrecke, genauer der Rhein-Main-Klassik, darstellt, erklärt Kiwi beim Blick auf den Wagen, mit dem sie gefahren ist. Der Oldtimer ist Baujahr 1964, also 30 Jahre älter als ich. Erst herrscht Stille im Publikum, dann brechen die Schlagerfans vor Ort in Gelächter aus. Kiwi setzt noch einen drauf, scherzt darauf hin, ab nächstem Jahr sitzen sie alle in der ARD. Fernsehgarten, Zuschauer bemerken es sofort. Auf dem Netzwerk X, vorher Twitter, wo sich Fernsehgarten-Zuschauer gerne live über die Sendung austauschen, bleibt der Kommentar nicht ungehört. U. Seitenhieb auf immer wieder sonntags, schreibt zum Beispiel ein X-Nutzer. Umso fieser Kiwi über die ARD spricht, umso mehr es sie dem ZDF zugeneigt. So schaltet sie im Fernsehgarten zu Kollege Johannes B. Kerner, der seit dem Vorabend, 14. September, seit 20.15 Uhr einen Quiz-Spenden-Marathon zugunsten der Deutschen Krebshilfe moderiert hat. Im Eifer des Gefechts möchte die Moderatorin selbst auch spenden, verkündet nach Mitteilung der Spendensumme, ich lege spontan noch 1.000 Euro drauf, überweise ich euch.